WDR mediagroup GmbH Das hört sich auch ziemlich toll an. Scheiße. Das ging schon mal super los. Oh Gott. Na, mit dem Yoshi war nicht die beste Idee. Okay, wir haben zumindest die Hälfte. Da hab ich mich persönlich echt schon wieder tot gesehen, aber wir haben wieder ein Item. Äh, wo bin ich hier? Gut, wir haben die zweite. Zwar zu welchem Preis, aber... Oh Gott. Ich kann nicht mal sehen, von... ...wo die Dinger kommen. Na, klasse. Ja gut. So schon mal nicht, aber... ...so ähnlich. Starten wir gleich mal zu Versuch Nummer 2. Diesmal ohne Yoshi. Der, muss ich sagen, doch ein bisschen hinderlich war, irgendwie. Hm, soll ich den Stern noch nehmen? Ja gut, ich hab übrigens auf Spielen noch ein paar... ...Leben und Items gesammelt. Damit das alles ein wenig leichter von der Hand geht. Oh Gott. Soll ich mich bloß abwarten? Oh Gott. Oh Gott. Also, was das mit dieser Kamera soll in der Stelle hier, das ist ja auch mega behindert. Na gut, diesmal weiß ich's. Hoffentlich. Naja, wie schnell man so ein paar Leben und... ...Items verbraten kann. Immer wieder lustig. Oh. 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 Ist das eine Scheiße. Vor allem, du kannst nicht mal viel tun gegen diese Kamera. Du musst hoch und das war's. Das ist zwar leicht, aber lass mich raten, auf der anderen Seite ist bestimmt die Coin. Nee. Äh, okay, die Coin auf jeden Fall, aber... Auch ein anderer Ausgang, nee. Okay, wir haben jedenfalls einen Ausgang. Ich zeige euch dann gleich noch die Coin und dann kann's weitergehen. Also, bis gleich. So, da sind wir auch schon zurück. Alle Coins im Gepäck, wir können weiter. Was heißt weiter? Nein, wir gehen eigentlich nochmal zurück. Wir gucken uns noch den normalen Weg an, da hoch. So, hier. Reise über das Magma-Meer. Also langsam hab ich die Schnauze voll von diesem ganzen Feuer und Magma und... Ach, du Kacke. Hinter uns. Was ist denn das? Ach, du Scheiße. Ach, ich hatte so ein Scheißvieh in der Hand. Ah nein, die haben mich festgehalten, lol. Okay. Hab ich gar nicht gemerkt. Na, die ist Marble. Musst du geben, das ist ein bisschen gemein, dieses Level. Ach, wenn ich da drauf rumspringe. Dann bleibt es, glaub ich, gleich stehen, oder? Sehe ich das richtig? Ja, das ist nicht so, dass ich da drauf rumspringend bin. So, mach... Alter. Scheiße. Fuck. Fuck. Scheiße. Stimmt, so komme ich nicht mehr raus. Ich hätte den Peace-Switch aktivieren sollen. Ah, jetzt stehe ich wieder ohne da. Ist natürlich ärgerlich, aber wir kommen drüber. Ich würde mich auch interessieren, ob ich hier oben weiterbleiben kann. Oh, Mann. Hm, haut ab. Klasse. Die machen einfach nur langsam, diese Mistviecher. Oh, oh. Geh weg. Oh, oh. Oh, oh. Man, ihr scheiß Viecher. Haut doch einfach mal ab, Mann. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Soll ich wirklich... Naja, mir bleibt ja nichts anderes übrig. Wobei... Einen Safe-Spot habe ich auch noch nicht. Einen Safe-Spot habe ich auch noch nicht. Ich könnte mir eigentlich ein paar Sachen zusammensuchen. Na, wir schaffen das schon. Das Problem ist, wenn man sich da unten so viel staut... Dann kommt man eben nicht mehr vorwärts. Genau. Dann hast du noch so hässliche Hamster, die hier nerven. Meine Fresse. Noch so ein Hurensohn. Noch so ein Hurensohn. Am geschmeidigsten ist es glaube ich wirklich, wenn du dabei bist, wirklich deine Plattform clear zu halten. Andernfalls hast du hier, glaube ich, mächtig Probleme. Wir werden jetzt erst mal machen. So, ist es auch wirklich dahin. Also, wir müssen den ganzen Hurensohn wieder aufbrechen. Was hat das neue Hurensohn? Nous haben wir den ganzen Hurensohn und die Kaufer gelassen. Also, ich habe mich nicht mehr vorst. Das war's. Musite. Ja, ich habe mich nicht mehr vorstatt. Ich habe mich nicht mehr vorst. Ich kann mich nicht mehr vorstatt. Oh, Mann! Ist es denn so schwer? Na los, fahr weiter! Fahr doch! Oh, Mann! Hau doch mal ab! Oh! Hier ist nicht mal eine Hälfte, Mann! Das ist ein Scheiß-Level! So, letzte P-Eichel. Ganz ehrlich, wo ist die Hälfte bei diesem Level? Wo ist sie? Man kann auch leider nirgendwo drüber springen. Ich finde auch leider wirklich nur den Punkt, äh... Hier. Spring natürlich genau dazwischen. Mann, haut doch ab von dieser Plattform! Mir fällt, glaube ich, gleich... Mann, haut doch ab! Na los! Oh, ihr geht mir... Ey, was ist denn das für eine nervige Drecks-Map? Man fängt jedes Mal wieder von vorne an. Dass nicht mal eine Hälfte da ist. Wow, ich kann Power-Ups ausrechnen. Oh! Okay, das ist aber nicht geplant, aber trotzdem ganz okay. Ich will trotzdem endlich mal diese scheiß Hälfte hier schaffen. So, das ist der einzige Moment im Spiel hier, wo man mal diese Kacke hier erreicht. Zumindest sind wir jetzt mal größer. Oh. 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 Mann, lasst mich doch endlich zufrieden. Ich will doch nur das scheiß Level hier schaffen. Kann ja nicht so schwer sein. Meine Güte. Oh yeah, Mario-Time. Ah, naja. Ja, haben wir es auch noch geschafft. Ja. Uns fehlt natürlich eine Coin. Und es gibt wirklich keinen Safe-Spot in diesem Level. Das ist ziemlich behindert. Aber okay. Müssen wir durch. Ich hole die verbleibende Coin mal eben und dann... Ja, dann machen wir auch Schluss hier für heute. Keine Zeit mehr. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Haut rein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ichvidemment. Ich bincy Owens. Ich bincy 제품.